hallo hier sind wir mal wieder heute möchte ich euch einen saftigen schock kuchen zeigen backen dazu benötigt ihr 400 gramm mehl 200 milliliter sahne 300 milliliter milch 300 gramm zucker vier eier eine prise salz 240 milliliter pflanzen öl 60 gramm backkakao zwei päckchen vanillezucker zwei päckchen backpulver es kommt sogar rein vanillezucker pflanzen öl mit rein machen und dann schön rühren lassen jetzt kommen noch die eier mit rein und dies zu einer geschmeidigen masse verrühren lassen die milch mit rein gießen jetzt kommt noch unser mehl mit rein nicht vergessen das backpulver mit rein zu machen die prise salz muss auch noch mit rein dann die sahne und zum schluss das backkakao alles schön verrühren lassen ich habe den ofen auf 180 grad vorgeheizt um luft dann eine 26er form mit backpapier ausgelegt den rand mit backspray besprüht nun kommt dann die teigmasse in die form rein und dann für 60 bis 70 minuten in den backofen und dann und dann Der Kuchen ist schön saftig und fluffig geworden. Wenn euch mein YouTube Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo und ein Like da, würde mich freuen. Bis bald.